Es war viel zu groß. Ja, ich mach die gleich kleiner, aber ich hab... Nein, warte, da ich auch schneide. Martin, mach es nicht richtig. Dann machen wir den Mund. Du musst den Hand jetzt abgeben. Hier ist Babcia. 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 Sollte 16 vom Ton kommen, oder? 16 Stück. Okay. So, schau runter jetzt. Na, wir sind zwei. Das war jetzt. 4. nach 4. 3. 4. 4. auf 3. 4. auf 3. Und das ist immer... Das ist nicht gut. Warte, ich habe einen. Wir sind da gefunden. Wincent will schlafen. Nein. Gehen wir gleich noch. Schlafen? Nein, halt! Deine Wester liegt auf dem Boden, Wincent. Die wird dann drecklich. Das kann nicht sein. Du bist nur ein kleines Kindchen. Du bist nur ein kleines Kindchen. Du kommst ganz dran, ne? Du kommst ganz dran, ne? Aber da hab ich doch schon schon. Da ist auch so zu groß. Leute. Ey, warte. Okay, ich kann... Ja, du... Ich fang schon mal. Jetzt hast du auf die Übung gekommen, ne? Den muss man häufig ausbrechen. Ja. Dann bleibst du noch irgendwie hoch. Ja, machen wir. Jetzt bringt ihr noch ein paar Übungstorten mit. Das war nicht so gemein. Ich muss wieder nur anschneiden. Okay. Was ist denn eine Reingebungs-Torte? Was ist denn eine Reingebungs-Torte? Was ist denn eine Reingebungs-Torte? Ja. Was ist denn eine Reingebungs-Torte? Happy birthday, Oliver. Spülmittel? Happy birthday. Happy birthday. Seife? Ja. Und dann tut ihr auch eine Torte. Spülmittel. Das ist ein Kühl. Das ist ein Kühl. Das ist ein Kühl. Spülmittel Wasser? Was ist denn? Kalfhausen. Und dann gibt es selber einen. Und pass auf eure Weinglas aus. Weinglas? Weinglas, ja. Weinglas, ja. Das ist das hier. Das hier. Das hier.